Oh! 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 Was isst du grad? Ma-oh-am! Was wollt ihr denn? Mirchen, bist du im Cash-Gemann? Ich war dran, das nicht gern. Warum denn? Warum? Ja, weil ich ja so nie so früh rausgekommen bin. Warum bist du so nie so früh raus? Weil ich wie ein König weil ich einen König angeblöfft hatte, den ich hatte aber schon, dass mein Gegner hat. Ist immer blöd, die Hand vorzugeben, was der andere hat. Genau. Will ich's vom Cash-Gem? Sehr gut. Ähm... Du wurdest einen Sack mit Geld. Sehr gut. Mit wem war's denn dich? Ähm... Die üblichen Bedächtigen. Rainer, Kalla... Wer war noch dabei? Tami... Dann, ähm... Eine... Das war eigentlich der Grund, warum ich da saß. Eine... Eine sehr nette, aber sehr unbedarfte Dame aus Ukraine, aus Odessa, ja. Und die hat mich auch ein bisschen zugeschüttet, ja. Äh... Die Begleitung von Haller? Begleitung von Haller? Nein. Odessa? Ja, aber... Ne, das glaub ich nicht, ja. Schau sie dir an, und dann weißt du, dass es nicht die Begleitung von Haller ist. Was wirst du noch spielen die Tage? Ja, Oma, Akeschke, morgen vor allen Dingen erstmal Golf von Tana. Ja? Und dann, am Donnerstag natürlich wieder 3000er und das große und Nations Cup, Captain, ja. Und deswegen gehst du golfen? Keiner. Ja? Vielleicht kommt der Markt für's auch noch vollzeit. Habt ihr da so ein Sidebett laufen oder einfach nur zum Spaß? Einfach nur zum Spaß. Ja, das ist nett. Ich spiele auch so schlecht. Danke dir. Okay.